Jo meine Leute, willkommen zu den Predictions am 19. Spieltag der Regionalliga Bayern, Saison 20, 22, 23 Predictions. Los geht's. Heute um 19 Uhr FC Augsburg 2 schlägt Togitschü München mit 2 zu 1. Und morgen um 14 Uhr Spielvereinigung Hangofen Heiligen unterliegt CSV Augsstadt mit 2 zu 3. Der Derby-Spielvereinigung Kreuter-Fürth 2 spielt gegen Erz-Chefsen-Nürnberg 2 zu 2. Dann DJK Filzing spielt gegen FV Illertissen 1 zu 1. Dann wieder eine Remis, Viktoria Schaffenburg und TSV Buchbach trennen sich 0 zu 0. Spielvereinigung Arzbach 0 zu 9 gewinnt gegen SV Anstetten mit 2 zu 1. Spielvereinigung Unterhaching schlägt 1. FC Schweinfurt 0 zu 5 4 zu 2. Der FC Pippin Fried unterliegt den FC Bayern München 2 mit 2 zu 5. Und VfB Eichstätt unterliegt Wacker Burghausen mit 2 zu 4. So das, was vom 19. Spielteil der Regionalliga Bayern Saison 20, 22, 23 Predictions So, wenn er das Video gefallen hat, lassen dürfen wir nach oben da. Vergiss kein Abo, dann nehme es das Glöckchen. Lass nicht vergessen sich zu gehen. Dann verpasst ihr keine Benachrichtigung auf den Channel und bis dann auf Good Kick und Servus! Das war nicht so, war ihr ein bisschen. Dann verpasst ihr nicht. Alles besaut euch. In dasel. Rainer Misch. Verpasst ihr nicht? Ich habe euch mit Unterricht schlägt. Nein, aber er hat mich. Gerwig, ich kann dich da und glaube ich die Jana, Und du dir übern. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.